Ein schönen Tag von meiner Seite. Die CSU besteht ja darauf, jegliche Steuererhöhung auszuschließen. Nun befinden wir uns in der Situation, dass es von keiner Partei Forderungen gibt, Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen die Steuern zu erhöhen. Ganz im Gegenteil. Die Linke hat am Wochenende mit ihrem Wahlprogramm Vorschläge unterbreitet, wie alle Menschen mit einem Einkommen unter 1.050 Euro komplett von Steuern zu befreien sind, von der Einkommenssteuer und die Mitte deutlich entlastet werden soll. Das Nein der CSU zur Steuergerechtigkeit ist also vor allem eins, ein Blankoscheck zur obszönen Reichtumsanhäufung für einige wenige. Und wie absurd diese Haltung der CSU ist, das wird nochmal schön unterstrichen, finde ich, durch den aktuellen Oxfam-Bericht, aus dem wir ja entnehmen können, dass in Deutschland 36 Milliardäre genauso viel haben an Vermögen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und diese große Ungerechtigkeit, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, so als Ergebnis von Wind und Wetter, sondern das ist ganz klar das Ergebnis von staatlicher Reichtumsverteilung, von staatlicher Reichtumspflege. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt endlich umsteuern und uns aufmachen in Richtung Steuergerechtigkeit. Heute früh ist auf einer Pressekonferenz die aktuelle Pflegestatistik vorgestellt worden. Dieser Statistik können wir entnehmen, dass in Deutschland 2,86 Millionen Menschen pflegebedürftig sind. Die Mehrheit, fast zwei Drittel davon, sind Frauen. Ein großer Teil wird zu Hause in vertrauter Umgebung gepflegt. Das ist auch schön, da freuen wir uns, dass das möglich ist. Wir nehmen aber mit Sorge zur Kenntnis, dass ungefähr die Hälfte aller Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt wird, komplett ohne professionelle Unterstützung. Und so schön die vertraute Umgebung ist, so sehr muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass wenn jegliche professionelle Hilfe fehlt, sowohl die pflegenden Familienangehörigen wie die Pflegebedürftigen schnell an ihre Grenzen kommen. Wir wollen die Familien entlasten. Unser Rezept gegen den Pflegenotstand ist ein ganz einfaches, und zwar eine solidarische Pflegeversicherung, die alle einzahlen, damit man dann auch wirklich eine Vollversicherung garantieren kann, die auch mehr professionelle Hilfe für die Menschen zufolge hat, die zu Hause gepflegt werden. Soweit zu sozialen und innenpolitischen Themen, kommen wir nun zur internationalen Lage. Aus der Türkei sind wir es ja inzwischen gewöhnt, dass es seit Monaten bloß noch Horrormeldungen gibt. Nun hat es die Abstimmung zum Präsidialsystem gegeben, und man muss ganz klar sagen, das Parlament in der Türkei schafft sich selber ab. Jetzt fehlt bloß noch die gesetzliche Regelung für die Drohnennachfolge von Erdogans Sohn, dann ist der Despotismus komplett. Das ist natürlich eine erschreckende Richtung, die uns mit viel Sorge erfüllt. Zudem ist ja die Empörung über die Aussagen von Trump groß, und ich möchte gerne etwas grundsätzlicher an diese Situation herangehen. Die Ankündigungen von Trump machen eines deutlich. Die neoliberale Globalisierung verschluckt sich an sich selber. Die jetzige Weltwirtschaftsordnung stößt an wirklich ihre Probleme. Die Reichen werden immer reicher, und der Irrglaube gewinnt an Macht, dass man mit autoritären Lösungen oder mit nationalen Mauern das Problem der Ungerechtigkeit herwerden könnte. Ich meine, wenn die Mächtigen wie Trump die herrschende Ordnung von rechts in Frage stellen, dann ist es Aufgabe der Linken, richtige Antworten zu geben. Und dazu gehört ganz klar folgende Erkenntnis. Wer Mauern errichtet, der schließt nicht nur andere aus, der mauert sich auch selber ein. Und die Demokratie bedeutet ja nicht nur die Herrschaft der Mehrheit, sie heißt eben auch die Gleichberechtigung aller und der Schutz von Minderheiten. Und deswegen meine ich, die Antwort auf Trump, Le Pen, Brexit, ja die AfD, kann nur in einer neuen Bürgerrechtsbewegung bestehen, einem Einsatz für Gleichberechtigung aller sozialer Gerechtigkeit überall. Es gibt schönere Zeiten für solch einen Einsatz als die jetzigen, aber das ist nun mal unsere Zeit, also nutzen wir sie. Wenn nun Trump die NATO kritisiert, dann tut er das nicht, weil er ein glühender Pazifist ist, da darf man sich keine Illusionen hingeben. Und es steht vielmehr zu befürchten, dass jetzt in Reaktionen auf Trump innerhalb der EU Rufe laut werden, eine EU-Armee einzurichten, dass die Nationalstaaten ihren Militärhaushalt hochfahren. Zu all diesen Vorschlägen sagen wir als Linke ganz klar nein. Wir sagen vielmehr, was es jetzt braucht, ist eine Friedensordnung, die Europa weder aufrüstet noch abschottet. Natürlich braucht es ein Ende der angeblichen Antiterrorkriege. Wir brauchen aber auch nicht eine Art effektiveren Krieg, wie ihn sich jetzt Trump vorstellt. Um es ganz klar zu sagen, wir, diese Welt braucht keine Zollkriege. Wir brauchen vielmehr eine gerechte Handelsordnung, um die Fluchtursachen zu beseitigen. Nun fällt in diese Woche auch das definitive Ende von Obamas Amtszeit. Und das ist natürlich auch eine Zeit neuer Turbulenzen, neuer Krisen. Und um nochmal einen Blick zurückzumachen, Obama stritt natürlich einerseits für die Rechte von Minderheiten. Er hat mit Obamacare wenigstens so ein Mindestmaß an Krankenschutz etabliert. Aber Obama war eben auch der Präsident der Drohnenkriege, der Militäreinsätze. Er war ein Verfechter von Freihandelsabkommen wie TTIP und einer neoliberalen Wirtschaftsordnung. Das alles, also sein Einsatz für den Drohnenkrieg, für TTIP, das wäre ich natürlich alles nicht vermessen. Aber natürlich möchte ich auch ganz persönlich sagen, Michelle Obama mit ihrer Haltung, ihrem Einsatz für Bildung, ihrer Würde und ihrer Coolness als First Lady, den wäre ich schon vermissen. Und abschließend noch ein Wort zu einer ganz aktuellen Entwicklung. Vor wenigen Stunden hat der Stadtsekretär André Holm seinen Rücktritt erklärt. André Holm war und ist ein leidenschaftlicher Kämpfer für eine Stadt für alle gegen Mietspekulation. Die Situation, das zu diesem Rücktritt kam, ist höchst bedauerlich. Und die Äußerungen von Müller, dem regierenden Bürgermeister in Berlin, glaube ich, sind vor allem ein Ausdruck dafür, dass die SPD in Berlin intern große Probleme hat. Offensichtlich hat Müller nicht die Kraft, sich durchzusetzen in seiner eigenen Fraktion. Das wurde jetzt auch auf dem Rücken von André Holm ausgetragen. Und ich kann nur sagen, für den Kampf für eine Stadt für alle, für bezahlbares Wohnen und Mietspekulationen gilt jetzt das, was André Holm in seiner Erklärung geschrieben hat, jetzt erst recht. Vielen Dank.